AWA! Der liegt! Boah! Komm Scheiner! Scheiner macht's Tor! AAAAAAAH! Baaah! Komm Scheiner! Scheiner macht's Tor! AAAAAAAH! 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 Weg! Weg! Weiter! Weiter! Wieso? Wieso? Zeit! 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 Der kriegt gerade zwei Ball unter Kontrolle! Wieso? 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 André! Hey! AAAAAAAH! 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 Nö sta! AAAAAH! 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 Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich weiß nicht, dass er nicht auf der Linie ist. Ich weiß nicht, dass er nicht auf der Linie ist. Jetzt! Eine Bolle! Ja! Leck mich auf der Linie auf der Linie! Das ist ein Kotz! Das ist mein Glück. Oh! Und das ist ein Schuss! Das ist ein Kostenspieler. Ich habe das Gefühl, dass er so ausgetauscht. Das ist ein Kostenspieler. Er scheint, dass er den Ball aufsteht. Tor! Richtig! Richtig, Schöner! Richtig! Langsam, langsam, Schöner! Richtig, Schöner! Madonna! Aber ich habe hier Sonst fängt es so weich auf die Ohren an. Entschuldigung! Das war's für heute. Oh Scheiße! Tor war zu Silvio! Gerhard macht das jetzt ganz klar. Wir können ein Ball in den Strafraum. Das kann nicht sein. 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 Das muss jetzt nicht verlieren. Schön. Ne, Mann, ja, hat endlich mal einen Geistesblitz. Sam, Newe! Oh, schade, Dennis. Schuss, Ne, Mann, ja, zieh einfach ab. Oh, den darfst du nicht verlieren, da musst du draufhalten. Daining ist doch ein Stück weit, ja. Oh, oh. Oh, oh, bravo.